So, dann nochmal rekapitulieren. In einem letzten Video bin ich ja hängen geblieben, bin ein bisschen verloren rumgelaufen, wusste nicht wie es weitergeht und habe eine Möglichkeit gesucht dieses Kraftfeld zu deaktivieren. Ist aber von dem Spiel ein bisschen blöd gemacht, es gibt keine Möglichkeit das Kraftfeld zu deaktivieren. Es fehlte einfach nur eine von diesen Dosen Sion, die ich übersehen hatte und als ich die gefunden habe, hat sich das Kraftfeld einfach so aufgelöst. Ja und dann kommt man in einen Gang rein und da muss man durchlaufen, da kommen so ein paar Spinnen. Die Spinnen sind absolut immun gegenüber Laser und so weiter und einfach ignorieren das Ding. Das Tödliche sind nicht die Spinnen, sondern diese grüne Flüssigkeit. Da muss man einfach zwischendurch mal einen Zwischenstopp machen auf dem Felsen, weil man ruckzuck auf 40 Prozent runter geht, wenn man hier durchläuft oder auch sofort stirbt. Da muss man Zwischenstopp machen, auftanken, die Energie auftanken, weiter durchlaufen und dann hier vielleicht noch mal auftanken, weil man hier abrutschen kann und dann hier stirbt. Also die grüne Flüssigkeit meiden, die Spinnen sind nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz geht es hier jetzt weiter und wir gucken mal, was uns hier noch erwartet. Was ist das? Achso, ist das jetzt der Rückweg? Jo, das ist doch der... Ach, das ist hier das Ding, wo wir am Anfang, wo ich am Anfang gesagt habe, da kommen wir nicht hoch, da ist so ein grünes Leuchten. Das war die Suppe vom Anfang. Ah, ich habe es geahnt. Wir sind jetzt also auf einem großen Bogen hier wieder zurück zum Eingang. Das ist ja cool. Äh, komischerweise liegt hier wieder der Loot vom Anfang. Okay, muss man jetzt nicht verstehen. Aber gut, das heißt, wir können hier wieder reingehen. Kann ich eigentlich mal eine andere Waffe bauen? Ne, kann ich immer noch nicht. Ich verstehe nicht, dass ich immer noch eine Waffe habe. Wieso habe ich die anderen Waffen nicht? Kann ich da, da irgendwie upgraden? Äh, das geht. Ich kann die Waffe zu der Waffe machen? Nicht dein Ernst. Not your fucking, bloody fucking... Ernst. Aber ich kann das Zeug jetzt nicht einfach vergolden. Oder? Ich weiß ja nicht, ob ich es brauche noch. Tick, tick, tick. Hallo. Wie geht es weiter? Was soll ich hier reintun? Anur, B-nur, D-nur, E-nur? What? 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 Was soll ich, wenn du meinst? Dann bin ich da. B-wahn, B-wahn, B-wahn. I-wo hot, K怕. B-wahn, B-wahn, B-wahn. B… B-wahn, B-wahnੋ, B-wahn. B-wahn, 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 B-wahn. B-wahn, 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 B-wahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Uh... Was ist das? Okay, the printer is ready to go. I'll be my guest. I think the controllers over there and start printing. Hey? Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ich verstehe noch nicht so ganz. Muss ich jetzt zusammenführen oder was muss ich damit machen? Ganz kapieren tue ich das noch nicht, was das war. Da! Okay. Okay. Wow. Ahh. Ah. Woher soll ich denn wissen, wo ich hier hin muss? Ah, ich muss ja schon nicht weiter hier, ah, ich verstehe. Oh, 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 ich verstehe. Ach, da muss er noch was weitermachen. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. kerlok ist ein aufwand er bis zufrieden jetzt alter schwede ups wundervoll wow was ist das never seen a robot like that before i'm pretty sure it's not part of the regular triple o army and most robots that are used in row wars are much bulkier than this one now how do we activate it looks like it's trying to scan you maybe stand a little closer get back yeah Sionese Alenecia Sionese Alenecia Sionese Alenecia Sionese Alenecia Sionese Alenecia U2 Neinke Schwierig jetzt, nachdem wir damit fertig sind, vielleicht doch mal ein bisschen was noch drucken für mich. Warte mal. Wie war denn das? Resupply. Du willst ins Loft zurück. Ich würde gerne was anderes machen. Also hier war ja der Ausgang. Ach ne, hier war der Printer. So. Ich würde hier gerne erstmal was machen. Und zwar, hier liegt auch noch was rum. Was ist das denn? Zyran und Metall. So. Ich würde gerne nochmal hier mich ein bisschen aufrüsten. Und zwar auf das da. 30 Metall. Das ging schnell. Zyran. 20. Nein. Wie viel Zyran habe ich denn? Habe ich ja noch was anderes? Warte mal eben. Vielleicht mache ich es besser so. Das macht irgendwie mehr Sinn. So. Ich brauche noch ähm, dies war. Wie kann ich denn das? 40 brauche ich davon. Aber wir mischen fast. Und noch von dem Wasserzeug. Also von dem Ö. war da. Ist da was dran? Ja, da ist was dran. Alles da. Hä? Ach ne, da. 20. Das, da ist noch nicht genug drin. Äh, da. Da. Äh, Das war's. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet, das war wahrscheinlich schon mehr als genug. Und noch Metall. Öh, ist das Metall? Ja, das ist Metall. Uh-huh. Yes, baby. Ne, Metall habe ich genug. So, wir brauchen jetzt noch. Oh, wir haben nur noch. Das haben wir noch. Das habe ich aber schon. Und den Rest haben wir nicht mehr. Schade eigentlich. Dann müssen wir das nachproduzieren. Okay. Okay. Ähm, nein. Ja. Ja. Ähm. So, jetzt brauchen wir nur noch das Metallzeug und das Zeug. Oh Gott. Okay, haben wir noch genug Zeug. Aber ich habe so viel gelootet, da müsste eigentlich genug da sein. Okay. Was brauchen wir? Ach nee, das ist auch. Wieso ist das genug? Ah nee, noch nicht. Leuchtet noch nicht. 40 und 50. Ach der Scheiße. Da fehlt mir noch einiges. Ah, toll. So. Das brauchen wir nur noch Metall. Nein, wir haben erst 40. Das war ein halber, oh man, ey, wie viel muss ich denn da reinschmeißen? Jawohl. Das sieht schon besser aus. Kann man das auch umschalten auf die andere Waffe? Ich habe ja nur noch die jetzt, oder? Oder habe ich jetzt zwei Waffen? Kann ich jetzt wechseln? Irgendwie? 30 Schuss. Das ist schon erheblich besser. Gut. Damit kann man arbeiten. So, dann gehen wir jetzt mal zurück zu unserem Schnuckelchen hier. Da hinten wartet sie schon. Ja, Schnuckel. Ich dachte, wir wollten erst ins Luft und dann zu den anderen. Aber gut, wie auch immer. Ich würde den Zeit nutzen, um ein paar extra Potionen oder Essen zu schalten. Sie kommen in Hande. Okay. Bereit, wenn du bist, Recruite. Ich würde den Zeit nutzen, um ein paar Malen zu schalten. Mensch, wie viel habe ich denn von diesen Dingern hier? Oh, das ist ein anderer. Kann ich die vielleicht auch anderweitig benutzen in dem hier? Ja? Hä? 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 Das wäre zufrieden. Da ist das! Was ist das? 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 Ich finde das Badezell immer noch schön. Da würde ich mich jetzt gerne drunter stellen, aber irgendwie, ja, man kann sich hier hinstellen, aber es funktioniert nicht. Mach mal Wasser an hier, Mensch, da schwebt auch noch einer. Ach, das ist das Ding, was ich ihr angeboten hatte, was sie irgendwie nicht essen wollte. So, und hier sind auch noch ein paar. Hä? Die Dinger kann man nicht abernten. Und hier ist ja, ich soll mich ja hier re-supplyen. Genau. Aber warum brauche ich eigentlich so viel Nahrung? Was passiert denn jetzt noch? Ich weiß ja nicht, wie lang ist denn die Spielbeziehung noch? Oder da ist auch noch was. Ich bin ich da übersehen oder ist das schon wieder nachgewachsen? Gut. Die Farbe war gut. Jetzt ist die Farbe wieder anders. Mal gucken, ob ich noch was Reines machen kann, was Sortenreines. Komm, wir machen mal den hier. Eins, zwei. Multivitamin, ah, hier, einer, zwei, so, einer und noch einer, dann haben wir so ein bisschen roten, ja, lecker, 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 heidelbeer, guck mal. Jetzt machen wir noch den. Mann, ich hab einen direkt, ups, ich hab voll den Saftladen. Wo ist denn das Ding jetzt runtergefahren? Ist es auf die andere Seite gefahren? Ne, es ist einfach verschwunden, im Tisch verschwunden. Das ist wieder so typisch. Ups. Oder? Ach ne, das ist reingefahren, guck mal. Gut, reicht jetzt auch, glaube ich, oder? Ich glaube, das reicht jetzt auch mit Futter und Ahnsäften und so, oder? Bist einverstanden? Ja, danke. Wo sind wir denn jetzt? Exit. Exit? Dein Ernst? Okay. Mit Mr. Cyborg. Ne, mit Mr. das ist ja kein Cyborg. Okay. Mit Mr. Cyborg. Ne, mit Mr. das ist ja kein Cyborg. Oh, okay. das ist ja kitchenaid heißt das ding glaube ich macht alles klar ja ja du machst wieder einen auf auf hier auf du hast du bist ein fieser und jetzt und jetzt alter meint ja ich hab das schon im griff ich hab das schon im griff ja 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 pues jetzt wird soma sehr eng alter schuld Jetzt sag nicht von vorne. Oh ne, oder? Oder nur noch das letzte Stück. Okay. Okay, ach du Scheiße. Alter Schwede. Och komm. Hey, hallo. Ist ja ganz einfach. Ist ja ganz einfach. Wieso hat er denn jetzt nicht reagiert? Bitte. Kann ich auch bremsen? Kann ich auch bremsen? Ja, ist gut. Ist gut. Ey, 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 ey. Alter! Wie soll denn das gehen? Wie oft gehe ich denn noch hier kaputt? Ja, ist ja gut. Ach, Quatsch. So. Mittig bleiben. Mittig bleiben. Mittig bleiben. Mittig bleiben. Mittig bleiben. Mittig bleiben. Kann doch nicht so schwer sein. Das war falsch. Muss links rum. Oh, wie oft denn? Wieso oft? What the fuck? Boah, Sharp Corner! Ja, ist ja gut. Ist ja gut jetzt. Jetzt fahre ich dagegen, ey. Och, bitte. Ich bitte euch. Warum fährt der auch so schnell? Kann ich der ein bisschen bremsen? Alter Schwede. Der beschleunigt. Der beschleunigt aber auch extrem. Ja, ist ja gut. Mann! Guck mal hier. Wieso reagiert der plötzlich nicht mehr? Oh, ho, 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 ho. Der hier berichtet. Manchmal geht er aus der Lenkung raus, glaube ich. Irgendwie komisch. Echt schön komisch. Nein, 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 nein. So, jetzt links bleiben. Links bleiben. Links bleiben. Rüber. Mann, das kann nicht so schwer sein. Schon wieder ein Sharp Corner. Komm, lass gut sein jetzt langsam. Samen, die Fahrt. Wir sind jetzt genug rumgegurkt, glaube ich, oder? Nicht? Alter Schwede. Wie weit soll denn das noch gehen? Upsa. Hei, 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 hei. Mann, Mann, Mann. Ey, gut jetzt. Ist gut jetzt, ist gut jetzt. Komm, lass. Ich sehe ja, ich sehe den guten Willen, aber jetzt reicht es auch. Na, danke. Wenn ich Rennen fahren will oder sowas, dann mache ich das. Ich dachte eher, es geht hier um was anderes in dem Game. Aber gut, dann fahren wir halt mal eine halbe. Kilometer. Hätte ich was gesagt, das sind schon mehrere Kilometer. So. Ja, ja. Ist ja hier auch geil. Mann. Ist jetzt gut? Ja, wir sind da. Nein, wir sind immer noch nicht da. Ach, bitte. Bitte. Ja. Danke. Und bam. Das Ding ist nicht so manövrierfähig manchmal, wie man möchte. Incoming fighter jet, avoid this line of fire. Whoa, that was close, recruit. Du bist es sicherer. Ja. Du bist mit der Arbeit. Ja. Bis mit dem Bается. Ich sehe. Ah, ich verstehe. Das Spiel ist plötzlich ein ganz anderes Spiel. Ich will eigentlich fighten und nicht hier rumfahren mit diesen Dingen hier. Nein, leck mich doch am Arsch. Wie soll ich denn an dem Ding vorbeikommen? Mit der schlechten Manövrierfähigkeit von dem Teil. Naja, so geht's auch. Oh Mann. Das ist ja endlos. Gas, 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 Gas. Ja, ist ja gut. Gut. Und jetzt? Mal piano fahren. Gott sei Dank. Ja, we were doomed. So, dann stehe ich mal wieder auf. Ah, die Drohne ist hier mal komplett durch den Fels durchgegangen. So, juppi. Wackel nicht so mit dem Arsch. Obwohl der ist so klein und knackig. Dünne Beinchen hast du. Ein bisschen mehr an dem Bein wäre schöner. Ja. Ja. Du hast noch ein bisschen Beschädigung da oben an der Schulter. Hast noch ein bisschen was abgekriegt. Und da an dem einen Bein auch. Kann man das reparieren? Darn! Looks like Slice is broken. Wir sind glücklich sie damit zu Buenoe, mit den freigen Dronemhäusern zu den Informationen wir benutzen. A hidden door. Clearly Triple-O-Made. Ich kann nicht einfach keine Räume auf Triple-O-Aktivität auf dieses Plan. In unserer Datenbank. Es würde mir auch gar nicht soar, wenn es einen Remnant von der alten Triple-O-O-O-Marsch. Nachherin wird es rundheran. Das ist ja genau, wie es etwas Slyes wurde geplant. Okay. Das war zwar eine tolle Hilfe, aber eine kurze Hilfe. Okay. Wenn da jetzt drei Damen drin rumschwimmen würden, dann wüsste ich, welcher Film das ist. Wow. Da oben ist eine Bahn oder sowas. Ich auch? Wollen wir da auch reingehen? Oder eher warten? Ich bin ja. Ich bin ja. Das O-O-Databäse sagt das gleiche. Nur die Kreaturen, die aus dem Cyan-Planeten ausgesucht sind, sind sie zu. Also Cyan-A muss sein. Ja, ich... Du bist mir auch nicht so ganz geheuer... Du... Man kann hier echt... Man kann hier wirklich einzelne Finger bewegen. Äh... Ja... Okay... Ich dachte schon... Ich dachte schon, ich bin zu spät. Ja, ich wieder, weil... Ja, mach du doch. Ja, ist klar, aber ich... Ich hab nicht mal zum Körper. Ja, ja, klar. Ich hab nicht mal zum Körper, ich hab nur Arme. Na, ich muss es mal wieder rausreißen. Ist klar. Immer die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Hm... Ja, ja. War ja klar. Immer wieder dasselbe. Ich hab nicht mal... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal gucken, bis da noch mehr Schall da gibt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Die Viecher nerven, aber richtig Nur komm Gibt's doch nicht Jetzt aber So, mal eben wieder rumdrehen Hier ein bisschen So, jetzt nehmen wir dir Hau ab Da ist noch einer So, wenn wir schon dabei sind So, jetzt nehmen wir uns 74 diese scheiß nachladezeit von der waffe die ist viel zu lang so egal wir klettern jetzt mal weiter hoch und kümmern uns mal nicht mehr um die viecher gucken ob wir noch weitere dinge finden oh gott wo 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 seid ihr das klingt viel zu nah gott so sind hier noch mehr von den schaltern bestimmt wieder bin ich jetzt dran vorbei geschwommen schon noch mal runter na hier 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 So, diese Viecher nerven mich jetzt gerade. Da ist noch einer. Die Viecher nerven mich total gerade. Beziehungsweise sind ja nicht die Viecher, was mich nervt ist diese Waffe, die so lahmarschig ist. Ich wüsste nicht wie man die unter Wasser upgraden kann und ich müsste einen Unterwasserdrucker haben. So, das ist noch einer der rot ist und da schalten die die immer wieder aus. Upsa, das war jetzt halb dran vorbeigeschwommen. Na, ist denn wahr? Ist es denn wahr? Ja. Okay, ich bin ein Recruiter, aber ich habe den Weg gefunden. Ich habe den Weg gefunden.